Höhle der Juwelenblöcke So, was machen die? Ah, das machen die. Ich verstehe. Ah, ich verstehe. Okay. Also, können die mich nicht, oder? Das möchte ich mal kurz testen. Nee, okay, gut. Das ist natürlich ein cooles Teil. Okay, hier klappt das natürlich nicht. Nein, 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 nein. Das war dumm. Komm. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Ich sehe, was zu tun ist. Das ist ein cooler Hut. Den mag ich. Das ist geil. Der ist wirklich cool. Die Endemünze habe ich auch schon. Okay, gut. Mhm. Mhm. Oh nein, wie unglücklich. Das ist sehr unglücklich gelaufen jetzt. Ah, verdammt. Oh mein Gott. Das war frech. Okay. Weil da war ja keine große Münze, oder? Ich glaube nicht. Ja gut, aber die eine große Münze wird wahrscheinlich genau da sein, wo ich jetzt nicht mehr hinkam. Da oben rechts ist einer. Ich gucke nochmal hier. Nee, hat er nicht gespeichert. Leider. Ärgerlich. Dann muss ich da auf jeden Fall gleich nochmal hin. Okay, wie komme ich da hin? Okay, so komme ich ja so hin. Nee. Wie komme ich denn da hin? Ich kann nicht rüber. Da oben, ich sehe es. Ich sehe es, ich sehe es. Aha. Ja, dann ist es genau die zweite Münze, die ich übersehen habe, tatsächlich. Okay. Dann muss ich das Level gleich nochmal neu starten. Und daran denken, dass ich da nicht stampfen sollte. Ah, ich kann noch mit der, ähm, mit meinem Hut auch Leute aus dem, äh, Weg bringen. Okay. Gut, ähm, ja, genau. Äh, nochmal Level neu und dann zu der einen Stelle gehen. Das sollte ja sogar recht, äh, schnell klappen. So. 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 So, er muss hier hin. So. So nämlich. Da ist die. Schön. So, die brauche ich nicht. So. Cool. Sehr schön. Da, da, da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, ein neuer Laden. Hallo. Einmal in Wanderseed bitte. Dankeschön. So, ähm. Ich werde mal ein paar Münzen ausgeben. Damit ich hier ein bisschen Platz habe, natürlich. Manchmal wünsche ich mir, dass es bei der Nintendo Switch irgendwie auch Erfolge gibt oder Achievements. Weil ich meine, in diesem Fall ist es natürlich irgendwie, ähm, wie es ist, ja irgendwie logisch, irgendwie ein Achievement zu haben, von wegen, erhalte alle Sticker. Aber sowas gibt's halt leider nicht. Gumba-Mopsi, cool. Also vielleicht könnte da die, äh, vielleicht könnte da eine Nintendo in Zukunft vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen was nach, äh, reichen. Wäre irgendwie cool. Gumba-Peach, zwei Goldene schon von Peach, das ist cool. Ja, es füllt sich auf jeden Fall langsam. Langsam, aber sicher. 81 von 144. 82. Noch, als ob ich nochmal Gumba-Peach bekommen habe. Echt. So, ein noch. Und dann geht's weiter. 85 von 144. Lass mich durch. Ich bin Klempner. Wolkenlose Wüste. Welt 4. Okay. Da ist ein Schloss auf jeden Fall. Das heißt, hier kriegen wir den Königsheim nicht einfach so. Diese Wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Sehr egoistisches Arschloch. Nur mal so, ob kurz um den Rand war. Aber nur gut. Die Wolkenlose Wüste. Alles klar. Das ist also die Wolkenlose Wüste. Weißer Sand, so weit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königsheim geben. Genau. Okay. Wir werden direkt wieder von einem kostenlosen, äh, einer kostenlosen Wanderseed begrüßt. Das hätten wir aber auch irgendwie weglassen können, oder? Ach, nee. Was? Ist das ein Level? Okay, nee. Das hätten wir halt wirklich weglassen können, weil... So eine kostenlose Wanderseed bringt jetzt auch nicht wirklich was, ne? Klar, die erzählen so ein bisschen was, aber irgendwie ist das, äh, ja. Irgendwie komisch. Die hier sind gelb. Macht irgendwie Sinn, weil Sand ist ja auch so gelblich, beige. Passt thematisch auf jeden Fall wieder. So. Suchtrupp. Oh ja. Suchtrupp wieder. Suchen wir uns dumm. Das Erste, was ich mache, ich, äh... Genau, alle Wundermarken. Erstmal gucke ich hier. Irgendwann wird hier was sein, ich sag's euch. Okay. Muss ich jetzt in jede einzelne Röhre reingehen? Okay. Gut. Gut. Alles klar. Ja, ich guck mir jetzt alles an. Komm ich da mal oben hin? Nee. Ah. Achso, ich bin im Hintergrund. Cool, da geht's rein. Okay. Sehr gut. Hier ist eine. Okay. Okay. Hier ist nix weiter, ne? Mhm. Oh je, meine, ey. So, dann mal hier oben gucken noch. Nee. Ich werde hier jeder einzelne durchgehen. Okay. Gut. Und hier das gleiche Spiel nochmal. Ja, das will ich haben. Oh. 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 Das hab ich für zuverwirrt. Entdeckt. So, drei fehlen noch. Okay. Gut, hier ist nichts weiter. So, es sind hier versteckte Blöcke. Sieht nicht so aus. Okay. Ist hier was versteckt? Nee. Okay, die Röhre geht hier runter. Aha. Okay. Jetzt fehlen nur noch zwei. So, andere Seite. Okay, was bringt es, wenn ich die hier hoch mache? Oh. Ach doch, da oben ist was, ne? Aha. Ich muss da jetzt wahrscheinlich rechts hin, ne? Ja. Warte mal, was? Oh mein Gott. Okay, zwei Zufälle. Als ob man das hier verschiebt. Okay. Weird. Aber, äh, ja. Gut, dass ich mich nicht dumm und dämlich suchen muss. Sehr gut. Ich laufe erstmal hier ein bisschen rum. Und gucke, was es hier so gibt. Oh. Das ist ja cool. Noch so ein verstecktes Level. Oh. Verschnaußpause. Eine Verschnaußpause nehme ich auch gerne noch mit. Oh. Hey, lustig. Ich muss da also quasi im, mehr oder weniger im Takt mit springen. Das ist lustig. Ja, ein Abzeichen-Test. Äh, falsche Mütze 2. Ah. Okay. Okay. Oha. Oh Gott. Na, zumindest habe ich die zweite noch bekommen. Das ist die Hauptsache. Aber ich muss die... Das speichert sich nicht. Das ist natürlich jetzt blöd. Wait. No! Okay. Wieso bin ich gerade bei dem eigentlich so weit geflogen? Hey, hey, hier entlang! So. Ich verliere hier voll Tempo. So, jetzt aber. Ha! So weit. Wieso verliere ich denn jetzt hier so... Das verstehe ich nicht. Hä? Komm. Ich kriege die Münze da nicht. So vielleicht? Ah ja. Okay. Ich verstehe. Hm. Bye-bye. Bye-bye. Cool. Äh, nee. Gerade nicht. Ach, guck mal. Fragezeichen. 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 Aha. Verstehe. Kleinen Geheimengang freigeschaltet. Hier ist eine Röhre. Aha. Das ist genau das, was ich gesehen hatte. Rätsel gelöst. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, 50 Blumenzen von Toad. Nehme ich gerne. Dit, dit, dit. Na gut, das mach ich noch und dann ist Schlusswörter. Wild leben in der Kegelbahn. Ja, 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 ja. Kann ich die Kugel, äh... Okay. Die kann ich beeinflussen. Oh. So, da oben ist eine Münze. Nehme ich mit. Das war die erste. Oh. 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 Aha. Okay. Ich komm da nicht wieder nach oben. Aber ist egal. Die Münze war wichtig. War sogar am wichtigsten eigentlich. Ja, 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 ja. Cool. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Zur Hilfe. Verdammt. So, eine noch. Die Kugel ist riesig. Haha. Nice. So, die erste Wondersheet und eine lila Münze fehlt noch. Okay. Ich wollte mal kurz gucken. Links habe ich das eine jetzt frei gemacht. Ob das quasi was bringt. Oder gebracht hat. Einfach nur zur Sicherheit. Ne, nur das hier. Okay. Ein paar von den Münzen. No. Oh, schlecht. Okay, hier ist nichts weiter. Ah, da. Sehr gut. Aha. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Dürmer. Oh, da ist noch was? Na gut, das mache ich auch noch. Die kleine Verschnaufspause gönne ich mir jetzt auch noch. Raseradrennen. Okay. Ah, ich verstehe. Oh Gott. Wie schnell soll man denn sein, bitteschön? Krass. Okay. Hat ja gerade noch so geklappt. Cool. Das ist auch direkt abgehackt. Sehr schön. Na denn. Würde ich mal sagen. Reicht das für heute? Ich bedanke mich wie immer viermal fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen bin ich eine Woche weg. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall nicht streamen. Die Woche dann darauf, also die nächste. Auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr. Auch trotz der EM. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Restwoche. Schon mal ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Genau. Haut rein. Bis dann. Das ist ja noch ein bisschen. Und wie geht's mir. Vielen Dank.